Glück auf Schalker und herzlich willkommen auf Schalke Insights zu den aktuellen S04 News. Viktor Palza und vom FC Schalke 04, sprich unser Sechser, steht aktuell in der Kritik. Beim 1-1 Unentschieden von uns bei Werder Bremen kassiert in den Mittelfeldspielen ja eine klare gelbe Karte für ein rüdes Foulspiel. Es war hart, aber es war halt auch eine gelbe. Man kann vielleicht auch rot geben, aber man wollte es auch nicht übertreiben. Aber nach dem Spiel schäumten dann einige Fans vor Wurth, als sie sahen, was er Isen auf Instagram postete. Aber nochmal kurz zur Szene. Es lief die 41. Spielnode, als Palza und die Kugel bekamen. Im Mittelfeldspiel legte sie sich den Ball aber zu weit vor und greckte sie dann frontal in Werders Ömer Toprak rein. Für die Aktion bekam der Schalker von Schiedsjahr-Tobja Stiele die gelbe Karte, womit er noch gut wegkam. Aber trotzdem fand ich, war das für das Spiel genau die richtige Karte. Und mit diesem heftigen Foulspiel löste Palza eine kleine Rudelbildung zwischen den beiden Mannschaften aus. Und ja, das ist natürlich auch mal wieder etwas typisch Viktor Palza. Er ist spielerisch der Stärkste, das wusste man auch schon vor seiner Verpflichtung. Er ist einfach ein Kämpfer, ein Fighter, ein Maloch auf der Sechs und flog ja auch schon bei der Karlsruhe Pleite mit nach einer ordentlichen Grätschen, nach einer heftigen Grätschen mit glattrot vom Platz. Auch da verlor ja Schalke dann durch einen späten Treffer noch die Partie. Und in der letzten Partie gegen Werder Bremen reagierte ja unser Trainer Gramotzes in der Allzeit und wechselte Palza aus. Für ihn kam stattdessen der offensivere Rodrigo Salazar. Doch nach dem Spiel sorgte Palza dann für die nächste Diskussion. Auf den sozialen Netzwerken veröffentlichte der 30-Jährige ein Foto von Herr Rüden-Grätschen in Toprak und schrieb dazu, Harter Kampf in Bremen, wo uns alle drei Punkte geraubt wurden, peinlich. Ein Bild, das bei vielen Fans für ordentlich Kritik sorgt. Digga, was soll man dazu sagen? Absolut peinlich von dir und unglaublich, dass du dafür nur gelb gesehen hast, heißt unter anderem in den Kommentaren auf Instagram. Denn die Anhänger sind vor allen Dingen verärgert, dass er solch ein Foto veröffentlicht, das eine Szene zeigt, bei der er eine Verletzung des Gegners in Kauf nahm. Denn es wirkt für viele anscheinend so, als sei Palza und Stolz an seiner Aktion. Und da denke ich mir wieder bei, boah, also muss man da jetzt wirklich einen Fass aufmachen als Schalke-Fan? Muss man da jetzt wirklich schreiben, warum postest du das und was soll das und sowas? Also, dass man jetzt noch Fußballern vorschreiben will, was sie posten und wie sie in Texte zu schreiben, ja, muss erstmal nicht sein. Und andererseits wollen wir Schalke-Fans auch immer unsere Spieler fighten, dass sie auch mal grätschen. Und da war Palza halt zu spät, es war ein hartes Foul, Punkt, das Ende. Dass man da noch ein bisschen rummeckert und Kritik übt an Viktor Palza wegen einem Post. Es waren nicht alle Schalke-Fans, aber wie gesagt, es gab einige Kommentare, die genau in die Richtung gingen. Und das kann ich ehrlich gesagt überhaupt nicht nachvollziehen. Eure Meinung dazu gerne mal in die Kommentare und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht es gut, ciao und Glück auf an alle Schalker!